Ja... Ja, wir hätten was auf deinem anderen Account einlösen müssen. Was denn? Äh, das Spiel. Wieso? Da hätte ich vielleicht auch noch die Badass-Punkte gehabt. Ja, da hat ein Schaden. Hm, ist halt so. Wie viel kannst du einlösen? Was ich? Für ein Stück. Ja, guck mal, siehste. Hm, dann... Na komm, Schaden. So, damit bin ich fertig. Ah, warte mal. Man kennt ja, das Level-Design hier ist immer irgendwo was am Anfang. Ja? Hey, komm nicht. Hey. Hoi. Du... Du hast immer irgendwo welche Kisten. Jupp. Jupp. Ne, leider nicht. Ne. Ich bin da oben irgendwo. Ja, mit dem anderen war es ja dahinter rücks. Ja. Diesmal wohl nicht. Ach, jetzt mal auch Club-Crap. Mhm. Bah. Gib das mal her. Der sackt natürlich gleich alles ein. Klar. Flash-Looter. Ja. Jack warte doch. Ich will nicht mit Jack. Naja. Höhe. noch vor mich hin hüft drücken da war ja was aber dann haben wir nicht mehr bordel ins gespielt auch geht doch alter schwede das sind acht die roboter sind unsere freunde aber wenn aus bei maus geschwindigkeit zu schnell aber das ganz gute training gewöhnen ja das gutes training wieder das ist so nervig ja und ist doch schön ich finde das als gutes training wieder hallo kommst du denn ja irgendwas wecke und natürlich zu dürfen treffen echt ja schon auf dem rotz kopf ziehen am anfang aber ich liebe ihn nicht ich weiß gar nicht was klappt hat für waffen nehmen kann also nicht keine ahnung ja ja weitergelaufen ja hinterhergelaufen habe schon alles gelootet hast du gar nicht gab es doch keine waffen äh bettrestrang ja gucken wir mal eben hier was haben wir denn keine bett ist ein nachhaltig und nein mein bruder ist ja pech alter haben wir mal treten kein bock nö kein bock nö kein bock nicht schon granaten an hier gibt es ja später ich muss genießen das ist unglaublich ja genießt doch nö gleich na granaten unterzeit äh granaten okay ah erstmal wo die holen mach mach erinnert mich voll an tron die musik so ich gehe oben lang jetzt ein bisschen älger von mir kriegen ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot ja dann stirbt was für scheiße waffen zu anfangen ja damals hatten wir auch nur eine op waffen dank den keys du weißt dass man schon wieder einlösen konnte ne also ich habe eine mail gehabt wo ich wieder die key bekommen hatte okay na warte warte ich brauche einen power ich bin noch eine andere waffe eine pistol habe ich noch also naja hallo aber mal stehen geblieben und auf ihn geschossen mit 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 soll man ihn aufheben ja ja der sack kann ruhig liegen sein auch cool dann blute ich hier einfach noch ein bisschen hallo ne ich lass dich liegen warte alter sack ich hörte ich komm ich bin ja nur dein auftraggeber aber sorry ich bin dich unterschwellig aggressiv okay man kann ihm leider nicht abkneingen würdest du da Ja, würde ich auch machen. So, eben auf. Ach, heiz den Maul, du näherst. Kling, Rang 2. Ja. So. Ich war noch nie unter Beschuss, aber macht Spaß. Mhm. Ich bin noch Level 2. An den noch nicht. Nicht, ja. Ja, komm, ja, das will ziffern uns. Okay, anscheinend hast du ein Schild. Der ist schnell erklärt. Er frisst Kugeln, bis er verbraucht ist. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Jo. Hohoho. Bauklätze. Oh nein. Links. So. Guck mal in dein Inventar, ob du noch mal extra Waffen hast. Ich hab noch eine. Ich hab vier Stück. Okay. Na, das liegt bestimmt, weil wegen den, ähm... Ja, du beide Borderlands Teil hast, ne? Und das kann sein. Aber man kriegt auch so'n Vorsteller-Bonus eigentlich. Vorbesteller-Bonus. Eigentlich Waffen. Ach, Mist. Also, und das ist gleich zu Anfang. Was? Mein Bild ist... Ah. Hm? Hm? Zenus hat den Kampf verlassen. Ja. Super. Okay. Das darf nicht was. Renn! Wir warten kurz. Was ist das denn jetzt? Ich weiß nicht, connection lost, aber ich warte. Na schön. Ich hab kurz mal ne Aufnahme unterbrochen. Ich verm Ja, gerne eine seine Reise hinten verabschiedet ist. Wieso? Keine 4000 Lite. usell ist alles klar, ich weiß nicht, war das mein Geld. Kopf daß gesagt nicht, sie sind massiv aus, einem �uss. merry Vadipp. Nicht so, dass ich keine 감사하게 mache, Firenzei einer Kibler ist. Covid! Ah weiß.